Und wir haben seit Jahren die Taiwan-Siehren-Siehren-Siehren-Siehren in Taiwan gemacht. Das wurde am Beginn der Taiwan-Siehren der Taiwan-Siehren hier in Taiwan gegeben. Vielen Dank für die Freunde, die das Ganze organisiert haben. Jeremy von der Taiwan-Siehren-Siehren-Siehren und vielen der anderen, die dabei mitgeholfen haben. Der Film ist erst im Dezember letzten Jahres in Taiwan ausgelaufen und wo bis Ende letzten Jahres gezeigt und jetzt ist er halt auch in der Welt unterwegs. Der Film hat insgesamt zehn Jahre gedauert um den Fernsehen zu stellen. Er sagt, wenn er das vorher bewusst hätte, hätte den Film wahrscheinlich nicht gemacht. Ich habe den Film in der ersten Folge gesehen, ich habe in dem 13 Jahren gesehen. Ich habe den Film erst in diesem Tag gesehen, ich hatte den Film sehr erinnert. Ich habe die Erfahrung, die ich während des Filmenden und den Filmemachen gesehen habe. Ich habe den Filmemachen gesehen, ich habe das gleiche zu sehen. Ich habe auch gesehen, dass der Filmemachen gesehen hat, den Filmemachen in der Filmemachen. Der Grund, warum er den Film gemacht hat, liegt eigentlich 13 Jahre zurück. Da hat er zum ersten Mal den Meister, Herrn Chen, gesehen, aus nächster Nähe, wie er dieses Stück gespielt hat. Und war sehr überrascht auf, wie genau diese Holzbocken, Gefühle ausdrücken konnten. Und er hat gedacht, das ist nicht nur irgendwie jetzt für Taiwan eine besondere Kunst, sondern eigentlich für die ganze Welt. Das ist irgendwo Weltklasse, jetzt nicht nur National- und International-Klasse. Aber wenn ich das mal sehen kann, dann weiß ich, dass die ganze Welt sehr wichtig ist. Ich glaube, das ist so, dass heute 100 Millionen Menschen hier sind. Aber Sie wissen, dass ich jetzt seit vielen Jahren mit dem Herrn, dass ich mit dem Herrn, dass er in vielen verschiedenen Bereichen war, dass die Leute immer nur in der Vorstellung vorhanden sind. Ja, heute sitzen hier vielleicht ohne Leute, was nicht wichtig ist, das Ganze auch weiterzugehen. die ganze Traditionen, auch Leuten bekannt zu machen. Heute sind über 100 Leute hier, vielleicht aber wenn er seine Vorstellung hat, dann sitzt vielleicht eine Reihe oder zwei Reihen, vielleicht 10, 15 Leute von den Kinderlanden, die sich das angucken. Das Tier ist nicht die ganze Zeit von Taiwan, sondern nicht der ganze Zeit von der Ingenacht, er wird zackern in Bellicy sein. Das Tier von der Ingenacht also ist der große Dezinko. Das ist der Ingenacht. Das Übeldünner haben wir das vier Jahre. In der Ingenacht seitralien, in der Ingenacht in dem IT-IVB, der Ingenacht nicht gesch Ich glaube, es geht immer darum, das weiterzugeben, auch an die nächsten Generationen zu geben. Und deshalb hat er nicht nur die Technik gefilmt, die Eindruck, die wir gerade gesehen haben, sondern auch, wie der Meister versucht, seine Kunst an die nächsten Generationen weiterzugeben. Und sein erster Protégé, der hat vor allem sein Geld, lange Zeit damit verdient, Autos zu waschen. Und er hat gedacht, das ist irgendwie schade, die Hände, die so tolle Fertigkeiten haben, dass die dann mit Automaten ihr Geld verdienen müssen. Und das wurde dann auch irgendwie versucht, zu erinnern. Und er hat auch gesehen, dass Leute aus Holland, aus Italien, aus Frankreich, aus vielen Ländern kamen, und die Meister verbeugt haben. Und für ihn ist es halt, also die ihn auch respectiert haben. Und er hat gedacht, dann ist es auch richtig, diese Tradition weiterzugeben, auch an die Zuschauer. Und dann war es nur dann, dass man sich auf der Fall habe, so dass er so weit ist handigiert. Und er hat sich, dass er die Hände auf dem Geist, die Hände bei sich machen. Und er hat sich dann in den Fall geist. Und er hat sich dann auf dem Geist. Und er hat sich jetzt eben auf der Hände an, die sich dann aus der Hände über diese Cean zu culten und die Verbeuggeräusche zu haben. Und er ist dann nah an, sich dann an die Hände über die Knife. Ich frage meine Aufmerksamkeit, ich frage meine Aufmerksamkeit, ich frage mein Haus, ich frage deine Frau. Ich frage meine Frau, ich frage meine Frau, wenn ich die Frau, also kann ich meine Frau, dass sie mir zur Welt trinken gehen kann. Ich frage meine Frau, ich frage meine Antwort. Ich frage mich als ein ganzes Rechte für eine andere Sache. Ich frage meine Frau, ich frage mein Frau. Als er angefangen, den Film zu machen, war es eigentlich seine Hauptfrage, an wen vererbt der Meister diese rote Box, nach der der Film an chinesisch noch genannt ist. Und irgendwann kam dann auch zur Sprache, dass das vielleicht die Französin Lucie diese Box erbt. Die ist inzwischen zurück in Paris, hat ihre eigene Popentheatergruppe aufgemacht und er hat dann auch so ein bisschen gedacht, das kann doch nicht sein, dass das irgendwo dann ins Ausland geht. Aber gleichzeitig denkt er, der Meister hat natürlich schon eine gewisse Weisheit und denkt, eigentlich ist es egal, wer diese Box bekommt mit den Generalinnen. Das Ganze ist halt keine taiwanische Kunst, sondern das ist eigentlich die Kunst, die die ganze Welt betrifft und auch die ganze Welt bewegt. Das Ganze ist halt nicht so. Aber es ist halt auch ein Problem. Ich habe eine sehr wichtige Sache, die ich mit ihm und um den Vater zu schicken geruckt habe. Der Herr Schiff macht ich das zu schicken, aber ich verkaufte einen Licht aufzuhalten. Aber ich habe die Füße gemacht, sie macht es nicht so. Aber ich habe den Film an die Welt, um das Ganze mit ihm zu machen. Önschaft, die ganze Zeit zu sprechen, warum das ganze zehn Jahre herzuhre dauert, weil sie versucht, die Beziehung zwischen Herrn Tschern Gimais und seinem Vater zu beigern. Und so unter vier Augen hat er viel darüber erzählt. Aber wenn es dann darum ging, das Ganze zu filmen, dann wird er doch nichts dazu sagen, zu der Beziehung zu seinem Vater. Und er wird genau nichts dazu sagen. Ja, das Ganze beim Filmen des Films werden mutterlich von der Regierung Geld dafür bekommen, dass er diesen Film gemacht hat. Allerdings sollte der in einer gewissen Zeit ja nicht bestellt werden, sonst muss der Strafen zahlen, das ist auch immer wieder passiert. Und nach sechs Jahren, er hat dann gedacht, okay, dann richten wir jetzt ein Studio ein und filmen das Ganze mit dem Meister und so weiter. Und wenn er dann spricht, dann nehmen die nicht mit ins Ausland auf Duchen und so weiter. Aber er hat trotzdem noch nichts gesagt, auch zu der Zeit. Ich habe schon gesagt, dass er nicht so gut gesagt hat. Ich habe schon gesagt, ich habe schon gesagt, aber ich habe schon gesagt, dass er nicht so gut gesagt hat. Ich habe schon gesagt, ich habe schon gesagt, ich habe schon gesagt, ich habe schon gesagt, dass er ein paar Jahre alt bist. Und ich habe schon gesagt, noch was ich jetzt den ersten Minuten sehen und dahin? Ich habe schon gesagt, ich habe schon gesagt, dass ich gerade das Gefühl habe, dass ichして im Moment an. Ich habe schon gesagt, ich habe einen Moment verleut�. Geht wundern der 30 Minuten, er hat mich gesagt, er hat mich gesagt, ich habe einen großen Wolling-Klein und ich habe einen großen Wolling-Klein, und ich habe mich gefragt, wie ich hier mit einem Stadler sagte, dass ich ihn mir hierhin sagte, ich habe einen Wolling-Klein, und ich habe mich gefragt, dass ich ihn mit ihm und ihm mit ihm mit ihm überrascht bin. Dann habe ich mich gefragt, ich habe mit ihm überrascht, Ich muss sich in ihren Kindern noch ein bisschen anders sein. Ja, gegen Ende des Films hat man dann gesehen, dass er den Meister gefragt hat, was er denn sein Vater zu sagen hätte. Und dann fing er sofort an, einen Satz zu sprechen, aber danach kamen dann erst mal 30 Sekunden schweigen. Und dann hat er auch gedacht, hm, eine komische Situation, dann frage ich ihn doch lieber was anderes. Dann frage ich ihn lieber, den Film haben Sie alle gesehen, was er denn seinem Sohn zu sagen hätte und dann war es eigentlich so ähnlich. Und er hat dann gemerkt, im Grunde genommen, dass die Beziehung zwischen ihm und seinem Vater, hat er kopiert auf die Beziehung zwischen sich und seinem Sohn. Die wohnen im gleichen Haus, der Sohn wohnt eine Etage höher, aber der Regisseur hat die beiden nie irgendwie sich austauschen sehen, irgendwie in Kontakt gesehen. Und als dann die dritte Frage kam, was hättest du denn dem General dieser Gruppe in der Rote Box zu sagen, da hätte er doch bloß erzählt, sondern die gewissene komische oder interessante Situationen. Und ja, im Grunde genommen weiß er heute auch immer eine direkte Antwort, hat er nicht bekommen, aber indirekt gibt es natürlich eine Antwort. Und der General in dieser Box ist im Grunde genommen so etwas wie sein Vater geboren. Er ist im Grunde dieser Rolle genommen. Er ist im Grunde genommen. Er ist in der Vergangenheit. Er ist überall mit dem Regisseur und den Br구ungen. Er ist im Grunde genommen und den Brübungen. Er ist ein Grunde genommen. Er ist die Bühne. Er ist ein Grunde genommen. Ich habe immer gesagt, dass ich mit meinem Vater ein paar Dinge sage. Ich habe immer gesagt, dass ich immer wieder in der Zeit habe. Ich habe immer wieder gesagt, dass ich immer wieder in der Zeit habe. Er ist jetzt ins Nachdenken gekommen während des Films. Wie ist das in meiner Beziehung zu meinem Vater und auch in meiner Beziehung zu meinem Sohn, der es fünf Jahre ist. Ich habe immer noch einen großen Teil von Vater. Ich habe immer noch einen großen Teil von seinem Sohn. Ich weiß es nicht, dass ihr euch so lange nicht mit ihr Vater und ihr Vater und ihr Vater zusammengekommen. Ich habe immer gesagt, dass ihr euch noch lange nicht mit ihr Vater zusammengekommen. Ich bin bereit für mich, aber es ist noch ein bisschen zu sagen. Die eine Frage der Mann-Kolle ist, er hat einmal gefragt, wann haben Sie das letzte Mal mit dem Vater gesprochen? Die andere Sache war auch der Film, als er in die Kinos kam, hat er eigentlich nicht viel erwartet an Besucherzahlen. Wenn man sieht, wie wenige Leute sich dieses Traditionell Theater anschauen, wenn man das darauf überträgt, wie viele Leute an dem Kino kämen, wie viele Leute an dem Kino kämen. Wie viele Leute an dem Kino kämen? Wie viele Leute an dem Kino kämen? Und dann hat er mir eine Frage, er hat gesagt, er hat gesagt, er hat gesagt, er hat er gleich auf den Kino kämen an der Kino kämen W тер Diskussion dass wir uns nicht mehr so machen können, dass wir uns nicht mehr so machen können. Wir haben sehr viel努力, um diese Film zu veröffentlichen. Wir sind sehr froh, dass diese Film in Taiwan mit einem sehr großen Zusammenhang ist. Wir haben diese Film komplett verändert, um die Veröffentlichung zu veröffentlichen. Wir sind sehr froh, dass diese Film in Taiwan sehr viel zu veröffentlichen. Wir sind sehr froh, dass diese Film gemacht. Ja, als der Film in die Kinos kam, oder bevor er in die Kinos kam, der wurde halt auch vom Kulturministerium mitgesponsert. Er hat gesagt, ich würde das zeigen, wir würden aber den Film geben, den Ministern oder den Vertretern, die dafür zuständig sind. Und die Ministerin oder Leiterin der Kulturabteilung hat dann, hat ihn dann gefragt, wie kann es, ja warum haben sie diesen Film gemacht? Und er hat dann gesagt, ich habe den Film eigentlich gemacht, er hat sehr ehrlich gesagt, ich habe den Film gemacht, um mit dem, ja, irgendwo würdevoll das taiwanische Puppentheater zu verabschieden. Den ganzen Tschüss zu sagen, weil es keine Zukunft mehr hat. Und die Ministerin hat dann angefangen zu weinen, wirklich fast in sich zusammengebrochen und hat gesagt, dann sehen wir doch zu, das soll versuchen, dass das nicht passiert. Ja, wir haben leider nur noch fünf Minuten, um den Kinos die Fragen zu beantworten. Und danach ist der Regisseur gerne auch draußen und spricht noch mit jemandem, wenn die Leute Interesse haben, aber ihr Pino haben noch noch fünf Minuten, da wird Fragen sein sollten. Herr Kiel, ich will immer für die Frage stellen. Der Name unter uns der Zeitse heritage ist, doch jetzt mehrere Tage Jahre hat es. Wissen Sie, die Stadtkampfecht hat da需要 Goldstein. Das ist auch wunderbar. Die Frage war, welche konkreten Maßnahmen denn das Ministerium ergriffen hat, um das Ganze weiter zu fördern. Auf der einen Seite wurde ein Museum gegründet, aber das ist natürlich eher so für die Galerie. Aus der anderen Seite wurden halt, können jetzt auch gerade die ältere Musiker, die Leute, die sich damit beschäftigen, mit dem Theater, können davon inzwischen leben. Also das Ganze wird auch da gefördert, mit finanziell gefördert, von da müssen die jetzt nicht mehr Autos waschen, um über die Hunden zu kommen. Also, ich habe noch mehr, was ich etwas mehr oder was ich das? Und dann, ich bin ja auch sehr, sehr gut. Die Musik, die ich in den letzten Jahren, auch die deutschen Unternehmen veröffentlichen. Also von der ganzen Kiefer, ich denke ich glaube, ich bin 50 Jahre alt. Ich denke ich glaube, ich bin 50 Jahre alt. Und jetzt vielleicht noch so, ich habe einen Monat mit dem Kiefer, aber auch, ich habe die Vergangenheit über die Wurlangen. Und dann haben wir alle Fähigkeiten, die den Film gesehen haben, die dann gesagt haben, lasst uns den Film doch in allen Grundschulen zeigen und wir kommen dann für die Kosten auf und wir bezahlen, dass das in allen Grundschulen in Taiwan gezeigt wird, um diese Kunst weiter zu verbreiten. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.